Was wäre, wenn ich dir sage, dass ich den Hauptgrund kenne, warum du nicht den Erfolg mit Frauen hast, den du dir wünschst? Was würde ich dir sagen, dass ich den Grund kenne, obwohl ich dich gar nicht kenne und du, der dich eigentlich sehr gut kennt, diesen Grund nicht kennst? Genau darum soll es in diesem Video geben. Ich verrate dir gleich das Hauptproblem, das dich davon abhält, den Erfolg mit Frauen zu haben, den du dir wünschst. Also, jetzt habe ich es natürlich sehr spannend gemacht und jetzt will ich es dir auch verraten. Erstmal, woher weiß ich das? Ich weiß das daher, dass ich das immer wieder und gerade neuerdings immer wieder stark in Coachings sehe. Ja, da sind Männer unterwegs und die fragen sich, hey, warum, wenn ich diese Sache sage, wenn ich was Sexuelles sage, warum wirkt es dann nicht sexuell? Warum wirkt es dann nicht stark auf die Frau? Das liegt daran, dass es nicht so sehr darum geht, was du sagst, sondern eher, wie du es sagst. Das ist jetzt vielleicht keine große Neuigkeit für dich, das hast du sicherlich schon mal irgendwo gehört. Es geht nicht so sehr darum, was du sagst, nicht so sehr um den Inhalt, sondern darum, wie du es sagst. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das, wie du es sagst, ist etwas, das wir Ausstrahlung nennen. Und dieses Video wird ein Video einer Videoreihe sein. Im nächsten Video zeige ich dir ja live mit einer Frau, wie das denn so aussieht, wenn man Ausstrahlung hat. Das zeige ich dir dann im Video, sei gespannt. Das kommt wahrscheinlich nächste Woche. Aber vorher musst du einmal verstehen, oder möchte ich mit dir theoretisch durchgehen, Ausstrahlung. Was ist das überhaupt? Leute wirken männlich und wirken attraktiv. Da hörst du schon, man wirkt männlich, man wirkt attraktiv. Aber wie schafft man das? Es gibt ganz viele Coaches da draußen, die wollen dir dann irgendwas erzählen von wegen, Ja, du musst diesen Satz sagen, oder du musst das und das machen, oder hier und sprich tausend Frauen an, dann wird das schon. Und all diese Sachen helfen natürlich. Es hilft natürlich deiner Ausstrahlung, wenn du viele Frauen ansprichst. Aber, wenn du während du diese ganzen Frauen ansprichst, zum Beispiel bei jeder Ablehnung, oder jedem Mal, wenn es nicht funktioniert, beleidigt bist, oder das als persönlichen Angriff siehst, oder das sehr persönlich nimmst, dann wird das deine Ausstrahlung eher schaden, und nicht deine Ausstrahlung verbessern. Um deine Ausstrahlung zu verbessern, musst du etwas anderes machen. Und dieser gesamte Prozess, den man machen muss, um seine Ausstrahlung zu verbessern, den würde ich mit raus aus dem Kopf, rein in den Körper bezeichnen. Und damit das Ganze nicht super spirituell und woo-woo klingt, von wegen, Oh ja, wir müssen uns selbst lieben und unser Körper und dann, Oh, wir müssen das Herzchakra öffnen und solche Sachen, weil Leute aus dieser Region reden halt immer mit diesen Terminologien, Herzchakra und dieses Chakra und hier und da. Und ich weiß, kein normaler Mensch kann dazu eine Verbindung setzen. Deswegen weigere ich mich, so etwas in solchen seltsamen Terminologien zu sagen, und ich erkläre es dir so, wie du es verstehst. Also es geht hier nicht um Herzchakra und nicht um, Oh, wir sind so spirituell und toll, sondern es geht tatsächlich um etwas sehr Logisches und sehr Praktisches. Du hast Aufmerksamkeit. Deine Aufmerksamkeit ist begrenzt. Da wirst du dir mal wahrscheinlich zustimmen. Du kannst nicht tausend Dinge gleichzeitig machen. Du wirst ständig mal von deinem Telefon zum Beispiel abgelenkt und der Fokus deiner Aufmerksamkeit verändert sich stetig. Ich denke, da kannst du mir zustimmen. Du kannst jetzt mal vor dem Video nicken, wenn du mir da zustimmst. Also du hast eine begrenzte Aufmerksamkeit und die kann an verschiedenen Orten liegen. Dir ist sicher schon mal aufgefallen, dass wenn du sehr stark in Gedanken bist, du die Umgebung nicht mehr so richtig mitbekommst. Deine Aufmerksamkeit ist in diesem Moment hier oben im Kopf und zwar nur hier oben im Kopf. Deine ganze Aufmerksamkeit ist hier oben im Kopf und stellt sich entweder die Vergangenheit vor oder die Gegenwart. Die zweite Möglichkeit, wo deine Aufmerksamkeit sein kann, ist in der Umgebung. Das hast du bestimmt auch schon mal erlebt, dass irgendwas in der Umgebung so spannend war, dass du komplett in der Umgebung warst mit deiner Aufmerksamkeit. Das könnte zum Beispiel sowas sein wie der Fall beim Achterbahnfahren. Ja, da bist du sicherlich nicht in deinem Kopf. Da bist du sicherlich einfach nur in der Umgebung. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit, wo deine Aufmerksamkeit sein kann. Und das ist in deinem Körper. Und das ist das, wovon wir hier reden. Und jetzt schließt sich auch die Brücke, warum ich dir immer wieder sage oder warum wir hier auch Meditationsvideos auf diesem Channel haben. Denn Meditation ist zum Beispiel eine Sache, die dich in deinen Körper bringt. Und das klingt alles immer so, als wäre es nicht das große Ding und als wäre es nicht die eine Sache, die den Erfolg mit Frauen bringt, den du jetzt nicht hast. Aber es ist die Sache, die dich erfolgreicher machen wird als fast alles andere. Deswegen arbeite ich mit solchen Dingen wie Hypnose, weil Hypnose dafür sorgt, dass du nicht mehr oft hier oben unterwegs bist, sondern eher so hier im Körper. Deswegen arbeiten wir mit Dingen wie Meditation, damit du lernst, hier im Körper unterwegs zu sein. Denn Ausstrahlung und Charisma kannst du nur haben, wenn du im Körper unterwegs bist. Wenn du in deinem Körper Aufmerksamkeit haben kannst. Männer, die sehr attraktiv sind, sind zum Beispiel Schauspieler oder Musiker. Und der Grund, warum sie attraktiv sind, ist natürlich, einerseits haben sie ein großes Following. Also viele Leute finden sie toll, viele Leute himmeln sie an und das ist natürlich eine gute Sache. Aber der andere Grund, warum gerade Schauspieler sehr beliebt sind, ist ihre Ausstrahlung. Ja, wenn du dir Interviews mit Schauspielern anguckst, kannst du mal machen, da kannst du jeden beliebigen Schauspieler nehmen. Fast jeder Schauspieler hat eine großartige Ausstrahlung. Ja, die haben eine tolle Kontrolle über ihre Stimme, die können super Geschichten erzählen, die können super mit ihrem Körper umgehen. Das liegt daran, dass die in ihrer Schauspielerausbildung Körpertraining bekommen. Ja, die lernen mit ihrem Körper zu arbeiten. Deswegen sind das die Meister in dieser Kategorie. Und Schauspieler, schau dir gerne mal Interviews an mit irgendeinem Schauspieler, den du gerne magst. Schau dir mal ein Interview mit dem an und beobachte mal, wie die wirken. Schauspieler wirken immer, fast immer großartig. Ja, die wirken immer toll, die wirken charismatisch, die wirken so ein bisschen wie Übermenschen, die wirken nicht wie du und ich, weil die ganz anders mit ihrem Körper umgehen können, ganz anders mit ihrer Stimme umgehen können. Mit deiner Stimme umzugehen, das funktioniert nur dann, wenn du auch in deinem Körper zu Hause bist. Das ist die entscheidende Sache. Und jetzt will ich es nochmal auf andere Themen übertragen, damit du ganz genau verstehst, warum das wirklich so ist. Ansprechangst als Beispiel oder Angst vor irgendwas, Angst vor irgendeiner Situation mit einer Frau entsteht immer wo? Im Kopf. Die Angst entsteht durch ein Bild, durch Worte oder durch einen Film. Wenn du Angst hast, eine Frau anzusprechen, dann denkst du dir irgendwas dazu. Ein Bild, Worte oder ein Film. Immer. Ansonsten kann die Angst nicht da sein. Es gibt natürlich Ängste wie die Angst vor dem Fallen oder vielleicht die Angst vor dem Sterben, wo du dir nicht unbedingt ein Bild machen musst. Das sind sehr starke Ängste. Aber die Ängste, die im Umgang mit Frauen kommen, die hängen immer mit deinem Kopf zusammen. Immer. Deswegen sind verkopfte Menschen in meinen Coachings immer bedeutend weniger erfolgreich als Leute, die bereits gut in dem Körper sind. Und die wenigsten sind das. Das heißt, wenn du diese ganze Kopfsache besser unter Kontrolle kriegst, dann wird sich das auszahlen für dich in deinen Flirts. Denn wenn du hier im Körper bist, dann bist du nicht hier. Dann zweifelst du nicht. Dann fragst du dich nicht, ob das jetzt gerade ein guter Satz war. Dann bist du nicht unsicher. Dann überlegst du nicht, was du als nächstes sagen sollst. Denn du bist einfach hier im Körper. Und dann entstehen ganz, ganz großartige Momente. Dann entstehen diese Momente, die du zum Beispiel in den Videos mit mir und Frauen gesehen hast. Wo du das Gefühl hattest, da ist irgendwie ein cooler Vibe zwischen Tim und den Frauen. Das entsteht, weil ich im Körper bin. Weil ich spontan reagiere. Weil ich gelernt habe, oder gerade dabei bin zu lernen, was dieses Im-Körper-Sein dann bedeutet. Ich bin da bei weitem kein Meister drin. Ich lerne das gerade auch. Aber kann das schon ganz gut. Und das ist ganz wichtig. Dieses Im-Körper-Sein. Eine Sache, die du sofort machen kannst, um mehr in den Körper zu kommen, ist deine Atmung zu verändern. Das habe ich gestern wieder bei einem Coaching-Teilnehmer festgestellt. Dem seine Atmung war sehr brustlastig. Leute, die nicht so gut mit ihrem Körper umgehen können, haben meistens eine sehr starke brustlastige Atmung. Also du atmest in deine Brust. Die Brust hebt sich, siehst du hier im Video. Probier mal in deinen Bauch zu atmen. Leg ruhig mal die Hand auf deinen Bauch, jetzt wo du vor dem Video sitzt, und atme mal in den Bauch. Genau so. Bauchatmung macht dich wesentlich ruhiger als Brustatmung. Brustatmung ist mit verschiedenen Dingen in Verknüpfung zu setzen, wie zum Beispiel Angst, Panik, solche Zustände. Wenn du panisch bist, wenn du Angst hast, dann hast du meistens eine schnellere Atmung, und das ist meistens eine Brustatmung, so Panik. Wenn du schläfst, hast du meistens eine ruhigere Atmung, meistens Bauchatmung. Übe mal aktiv in deinen Bauch zu atmen. Hier sind wir wieder beim Thema Meditation. Wenn du meditierst, kannst du aktiv atmen in deinen Bauch. Das ist einer der ersten Schritte auf dem Weg in deinen Körper. Ich habe einen guten Freund, den Benni, den habt ihr vielleicht schon mal, oder der eine oder andere hat den vielleicht schon mal in einem Coaching-Bewertungsvideo gesehen. Das war einer meiner ersten Coaching-Ternnehmer. Und Benni hat auch eine krasse und starke Ausstrahlung. Und Benni hat diese Ausstrahlung, weil er was ist? Schon sein Leben lang Sportler. Benni macht sein Leben lang Sport. Der war im Zirkus, der hat da geturnt, der war athletisch unterwegs und er macht sein Leben lang schon Sport, gerne Sport und immer regelmäßig Sport. Natürlich ist das jemand, der seinen Körper gut unter Kontrolle hat. Jemand, der sehr muskulös ist, ist vielleicht deswegen attraktiv, weil er muskulös ist, aber er ist auch deswegen attraktiv, weil er eine andere Ausstrahlung hat. Und die hat er deswegen, weil er mit seinem Körper besser umgehen kann. Er ist mehr zu Hause in seinem Körper. Denn wenn du Sport machst, wenn du dein Leben lang Sport machst, dann hast du eine andere Verbindung zu deinem Körper, als jemand, der überhaupt keinen Sport macht. Sport machen, aktiv in deinen Bauch atmen, Meditation, innere Blockaden auflösen durch Themen oder durch Dinge wie Hypnose, was du zum Beispiel bei mir im Coaching machst, das sind Schritte, die du gehen kannst, um mehr in deinem Körper anzukommen, um eine starke Ausstrahlung zu haben. Wie gesagt, wie genau das aussieht mit der Ausstrahlung, das zeige ich dir nächste Woche mal in einem anderen Video. Wahrscheinlich nächste Woche, eventuell auch übernächste Woche. Zeige ich dir das in dem zweiten Video dieser Videoreihe. Was du erstmal jetzt verstehen musst, um es mal zusammenzufassen. Wenn du nicht den Erfolg mit Frauen hast, den du dir wünschst, dann liegt das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht daran, dass du die falschen Sprüche hast oder, was gibt es denn noch, nicht gut genug aussiehst oder nicht genug Geld hast oder was auch immer, sich Leute da einfallen lassen, sondern es liegt mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem großen Teil daran, dass du einfach dich nicht richtig ausdrücken kannst, weil du nicht in deinem Körper zu Hause bist, sondern hier oben. Das ist auch der Grund, warum viele Flirt-Trainer und Flirt-Coaches oft Kunden aus der zum Beispiel IT-Branche bei sich haben. Na, ich habe oft Kunden aus der IT bei mir oder Leute, die in sehr kopflastigen Arbeitsfeldern unterwegs sind. Hatte ich schon mal einen Musiker bei mir? Nein. Hatte ich schon mal einen Schauspieler bei mir? Nein. Das liegt unter anderem auch daran, dass es nicht die häufig vertretenste Gruppe ist, sage ich mal, da draußen. Aber diese Leute brauchen das meistens gar nicht wirklich, denn die sind bereits in ihrem Körper zu Hause. Musiker arbeiten mit ihrer Stimme und kennen deswegen ihren Körper. Schauspieler kennen den Körper wahrscheinlich besser als jeder andere Mensch. Und wirklich, ich empfehle dir, schau dir unbedingt mal Interviews mit deinem Lieblingsschauspieler an. Ich schaue mir ständig Schauspielerinterviews an. Ich bin auch ein großer Fan von Schauspieler allgemein. Es ist so unglaublich, wie diese Leute wirken. Und die wirken halt so, weil sie in ihrer Schauspielausbildung Körperarbeit gemacht haben. Zu diesem Thema werde ich in Zukunft noch mehr Videos machen und werde auch in etwas fernerer Zukunft Kurse und Seminare entweder online oder offline dazu anbieten, mehr in den Körper zu kommen. Aber dazu dann, wenn es soweit ist, mehr. Wie gesagt, dieses Video ist Teil 1 einer Videoreihe. Das nächste Video kommt wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche. Und da zeige ich dir live mit einer Frau, was es bedeutet, Ausstrahlung zu haben. Und was Ausstrahlung macht in Gegenwart einer Frau. Ja, da siehst du das am Live-Beispiel. Hier das Video erstmal, damit du das grundsätzlich verstehst. Schön, dass du dabei warst. Hier links kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben. Ein paar Plätze sind noch frei für dieses Jahr. Und unten links auf dem Button bzw. auf dem Video kommst du zum letzten Video auf diesem Channel. Check das unbedingt mal aus. War ein super Video. Schön, dass du hier warst. Wir sehen uns am Samstag. Bis dahin. Ciao.